Hallihallo Hallöchen zu einer neuen Schicht Hardspace Shipbreaker. Ja, wir stehen kurz vor Rang 5, müssen nur noch eine Mission machen, um zwei Einrichtungsgegenstände abzuwracken. Jetzt bin ich noch kurz beim Skillen, ich glaube hier Höchstgeschwindigkeit erhöhen, das wäre ja nicht so verkehrt. Und Treibstoffkapazität, die hat bisher gereicht, also lasse ich die erstmal weg. Scanner habe ich alles, beim Helm habe ich. Und hier ist das die Audio? Mal und wann mal. So, Anzugintik, Intikität. Wird ja noch ein bisschen was aushalten, aber gestern, der Stromschlag war ja schon echt nicht verkehrt. So, gucken wir mal. Wir machen jetzt mal die hier. So, wieder übliche Klasse 1 Reaktor, Energiezelle. Stimmt, das ist auf der anderen Seite. Jetzt bin ich aber, ja, jetzt bin ich aber schon ordentlich flott unterwegs hier. Sehr schön. Ich sparte noch einen Haufen Zeit, einen Haufen Zeit. Kühlmitteltank, da darf ich jetzt nicht mit dem Schneidbrenner draufhauen. Das gibt es sonst. Argus, Aua. Ne, wobei ich... Was ist das? Ach, der wird schon hinkommen. So, jetzt muss ich jetzt mal die Kübelhälter rausholen hier. Object accepted for processing. Credits deposited. Salvage deposit accepted. Credits transferred. Salvage secured. Итак оп Verkehr zu erreichen. Oh, falls du... Okay, dann können wir uns nämlich schon den Reaktor schnappen. Läuft, läuft, läuft. So, die Gondel, die brauchen wir erstmal nicht. Das ist ein Laufwerk. Nehmen wir mit. Gut, das sollte Rang 5 sein. Nehmen wir mal Computer Terminates mit. Bin mal spannend, bis die bringen. Das habe ich nun schon wieder total vergessen. Das ist ein Laufwerk. Das ist ein Laufwerk, ein Laufwerk. Stalker Schauspieler, Cari 26. ich glaube da kann bestimmt irgendwo eine Sicherung ziehen da halte ich mich mal fern bisschen aua gemacht alles wieder schick immer hingeschlafen alle mit wollen wir die nicht kaufen dich lass ich da mal schön in Ruhe da hin und schön mitpannen Ohhhh. Ohhhh. Okay. Ich kann da noch irgendwas machen. So, alles wieder schick. Alles wieder schick. Du bist doch hochfrei, oder? So, das haben wir. Ich zeige es auf welcher Seite. Ein Credits-Laufwerk, aha. Lass mir auch mal ein. Welche Seite war das? Da ist es doch. Das war doch gerade hier, oder? Ist er doch nicht dahinter? Ich glaube nicht, dass ich hier die falsche Seite aufschneide. Wie immer, muss nicht schön sein. Nicht. Das brauchen wir nicht. Ah. Kommt zu Papa. Okay, jetzt brauchen wir noch... Noch mehr Nano. Tralala. Come on. Was war das jetzt? Oh, da habe ich wohl was kaputt geschnibelt. Eieieieiei. Ich mache ja, ich mache ja richtig was. Was ist denn los? Ich weiß nicht, was ich... Was ist denn los? Ich weiß nicht, was ich... Was ist denn los? Das ist ein Feilschaden. Was war das? Okay, aber hier ist ja auch nichts mehr. Super, danke. Ich sehe nichts. Das mit der Porsche, 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 Porsche. Ladelugger. Da rüber. So, das dürfte es dann... Ich brauche 3.450. Das schon reicht. Reicht noch nicht. So, und jetzt erstmal meinen Sauerstoff. Zack, und dann... ... 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 Die Sonne ist schon mehr im Weg, aber alles wird. Wir haben alle durchgeschnitten. Sauber. Nein. Nein. Ja komm, zieh durch, zieh durch. Nanocarbon, sehr schön. Das ist nämlich auch schön schwer. Sollte das denke ich mal reichen. Jawoll. Jawoll. Geschafft. Ja, ja, ja. So, dann haben wir noch 2 Minuten. Knapp. Jeden am Herzen kein Kram wird es jetzt wahrscheinlich nicht. Tetherkurven ist jetzt nicht so meins. Das ist das Paket. Sssssssssssssss. Um, eine Minute. Ja, ja. Drei. 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 ...on material processed. Credits deposited. ...Kota, we're getting down to the wire. Let's put a bow on this shift. Jetzt wird nichts mehr. Was ist schlimm? Was ist schlimm? Jetzt muss ich doch mal gucken. So, die Platte ist weg. Das wird nichts mehr. Ja, und Flupp. Ende. Sauber, sauber. Ja, Rang 5. Der A, der Arbeit ist nicht unbemerkt geblieben. Der wird folgender prestigeträchtiger Rang zu erkannt. Neuling. Klasse. Klasse 3 Schiffe. Ja, haha. Okay, haufenweise abgehetzt und wieder freigeschalten. Wunderbärchen, Wunderbärchen. So, jetzt gucken wir mal auf Kleidung. Die haben 200.000 gebracht. Stabile Kiste 18.000. Das geht ja schnell. Oh, Kühlmitteltank. 20.000. Computer Terminals. Oh, die bringen auch ein Studiert. Das Essenspaket. 900. Okay, das Aluminium, das kann man nicht knicken. Sehr schön. Sehr schön, haben wir alles geschafft. Flipp. Sehr schön. Dann können wir jetzt tatsächlich gleich loslegen mit der nächsten Schiffsklasse. Da bin ich ja mal gespannt, dass ob wir eine schöne Formelei werden. Oh, die Reichweite, ja. Okay. Aber ich würde den gerne mal reparieren. Wenn ich schon so viele habe. Jetzt gerne rein. Alles Schickes. Jetzt. So ist der Bremsverzögerung. Truppstoff. Gut. Elektrische Resistenz. Oh, das ist nett. Das ist natürlich schon teurer, aber das ist 125. Na ja, gut. War ja klar. Schichtbeginn. Neues Schiffchen. Und... Oh, wir sind schon bei den Dreiern, ne? Äh, nein. Genau. Äh, nein. Okay, 5,4 Millionen. Und... Uh, das ist für uns. Noch mal Cargo. Heavy... Heavy Cargo. Ich würde mal... Oh, Gefahrenrating hoch. Oh, Explosionsgefahren. Ja, na ja, dann... Auf jetzt, würde ich sagen. Da werde ich wahrscheinlich... sehr schnell sterben. Oh, nice. Ein paar Verkleidung. Ich weiß, ich könnte durchs Cockpit gehen. Ich werde mal gucken, wo ist der reguläre Eingang. Okay, und da. Da, man ist klar. Eingang. Eerlock Pressure Levels Dropping. Eerlock Pressure Levels Increasing. So, jetzt sollte alle schick sein, Schlüssel, Werkzeugschlüssel, universell einsetzbare Wartungsschlüssel für eine Vielzahl von Schiffssystemen. Okay, das nehmen wir doch mal mit. So, da haben wir wieder Dart. So, gucken wir mal. Oha, 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 was hab ich denn hier alles gemacht? Klasse 1 Reaktor, alles klar. Das kennen wir ja schon. So, ne, ich weiß auch nicht warum das so ist wie es ist. So, zieht er das mal ran hier. Und ich mir mal die gepolsterte Kiste. Zuck, 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 zuck. Der Reaktor, hau. Pflup. Okay, das ist erledigt. Das ist erledigt. Ich will gleich mal was testen hier. Man muss doch irgendwie... Aktivieren Notfall-Schubdüsenüberbrückung. Die zum manuellen Extrahieren der Schubdüse ohne Werkzeugschlüsse. Die Warnung kann zum Bersten der Treibstoffleitungen führen. Also sollte ich vielleicht erst mal so schlau sein und die Treibstoffleitungen entfernen. Das kann man ja hier. Aber wenn mir das Ding hier um die Ohren fliegt, wäre das nicht so toll. Das werde ich doch mal hochkriegen hier, oder? Das ist nur Alu, das ist ein Schwert. Ich muss dich erst mal ausholen hier, damit ich Platz zum Arbeiten habe. So, ich denke mal, jetzt könnte ich es versuchen. Jetzt kann hier nichts mehr explodieren. Wenn ihr das Club mitgearbeitet www.het.info.com und bei dir der Südletzlösung wird dann so gut. So, ich persönlich war doch alles gut. Ja, Scheiße, ich bin mal wieder. Ich bin mal in die Hände. Was immer das jetzt gebracht hat. Ich habe keine Ahnung. Okay, das wird dann wahrscheinlich sehr interessant jetzt, wenn mir jetzt die Zeit davonläuft. Flush Switch. Okay, kann ich alles nicht mitnehmen. Ach, die ist kaputt hier? Die Energiezelle. Verdammt, ich weiß. Damit war es das. Nicht geschafft. Ist ja irre. Da war ich wohl etwas vor eigentlich. Schade, schade. Da ist die Gondel. Na gut, dann nehmen wir halt erstmal nur ein bisschen Zeugs. Ich hoffe, womit steuert jetzt hier nicht wieder irgendwas. Habe ich hier nicht... Sauerstoff gesehen? Oh je. Okay. Ich glaube, es ist kein Sauerstoff vorhanden. Da kann sich auch nicht wirklich Zeit nehmen, weil man einfach mal so einen Zeitdruck hat. Ich habe es ja nicht geschafft. Ich dachte, da steht was drauf. Oh ja, ihr habt es schon. Risse. Was sind denn eigentlich? Ach, Aluminiumriss. Drei Elektronikteiler. Da komme ich ja gar nicht ran. Da ist Sauerstoff. Aha, das ist klar. Drei Elektronikteiler. Sage mal. Jo. So. Ja, genau. Und da ist er. Halt. Oh, ich bin durch. Ne, zählt nicht als elektrisch. Okay. Mechanisch, sechs Teile. Okay. Ich muss jetzt erst mal hier. Das sollte alles sein. Hier gucken. Hm. Wir sind aber wieder sehr, sehr genau hier. Ja. Oh, das ist zu schwer. Das könnte ja auch sein. Aber mich nervt total dieses Jostje. Kommen wir nicht durch. Ständig hänge ich hier fest. Titanverkleidung. Nein. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. So, jetzt will ich wissen, ob das hier wohl bin ich hier. Nö. Oh, ich habe was angezogen. Ah. Darf ich. Na gut. Hätte ich wohl noch ein bisschen üben dürfen. Ach nee, das war ja die andere Seite. Ach. 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 Da ist schon ab und da ist auch schon ab. Ah. Ah. So ist das so. Oh, ich habe ja das. Wiearti bin ich. Ja, ich bekomme? Ich bin keinemziehung. Object accepted for processing. Credits deposited. Seltsam, seltsam, seltsam. Hauptsache ich kriege das Lagerfach. Ich will mal ein bisschen was testen. Mal gucken. Lagerfach. Computer Terminal müsste ja dann was elektrisches sein. Alright Cutter, wrap it up. You got about a minute left. Solvage secured. Account credit applied. Vielleicht kriege ich da noch 36 LTS, wenn ich das shovel. Ich hänge fest. Ich hänge. Ich hänge zurück. Jaaaa. Ich will nicht, dass ich das neu schaue. Sehr schön. Aber jetzt muss ich mal was kriegen, was hier mechanisch ist. Schöne Sitze. So. Solvage Deposit akzeptiert. Kredite transferiert. So. 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 Now. So. Ohh. Oh. erschöne Dich. die hab ich kaputt gemacht böse böse aber 116 gekriegt alles süd mechanisch sechs teile gibt es 90 naja naja schicht beenden interessant interessant 28 da werden wir auch nicht viel kriegen ja dann werden wir mal ein bisschen weiter fummeln wie das da so alles funktioniert ich bin nicht mal gespannt erstmal ja erst mal viel viel wie bei das jetzt schon ganz gut lief für die erste fünf war mission ja auf jeden fall keine miese gemacht und das ist ja alles klar leute denn ja wenn ihr noch zu sagt ja immer in die kommentare nämlich mehr gerne an vielleicht habe ich bis dahin das auch selber rausgefunden mal schauen alles klar leute dann bis morgen